Hallo liebe New Mover. Heute möchte ich euch erklären, was Freestyle Power bedeutet. Die Zielsetzung beim Freestyle Power ist einmal die Verbesserung der explosiven Schnellkraft, aber auch die Optimierung der athletischen Leistungsfähigkeit. Wir arbeiten in diesem Workout mit dem eigenen Körpergewicht, das heißt wir haben eine sehr hohe Alltagsrelevanz. Ob das Aufheben von der Sprudelkasten ist oder Treppensteigen ist, alle diese Muskelgruppen werden in diesem Workout trainiert. Die Belastungsparameter bei diesem Workout sind 20 Sekunden Belastung und 40 Sekunden Pause. Die 40 Sekunden Pause sind deswegen wichtig und nötig, weil die Übung an sich sehr schwer ist und der Körper durch die 40 Sekunden Pause eine erhöhte Regenerationszeit hat. Effektives Training mit deinem eigenen Körpergewicht, das Spaß macht und garantiert wirkt. Trainiere deine Schnellkraft sowie deine athletische Leistungsfähigkeit mit den brandneuen Freestyle Power Kursen von New Move by Fitness First. New Move – mein Online-Fitnessstudio – jetzt einfach gratis testen.